So, jetzt willst du nicht mehr? Nö, jetzt will ich auch nicht mehr. Jetzt film ich nicht mehr. Das ist mir jetzt alles so gut. Ich film es sowieso nicht, aber... Es ist alles so doof geworden. Sag ich auch nicht, dass wir hier in Rite sind, auf der Kürme, in meinen Schokoladen fahren. Sag ich jetzt nicht. Nö, mach ich nicht. So, wir sind jetzt immer größer geworden. Normalerweise. Und jetzt? Die Winke durch den Verhalt, drei Kanälen. Hallo. Tiki, Winke. Wir wollen uns damit vorerst, dass wir uns unsere letzten Videos auf dem Kanälen. Können wir das so nicht schrauben ab? Ja, echt? Wieso? Wieso? Immer erst am Ende sagen. Wir sind jetzt wieder... Hier ist es jetzt dunkler geworden. Die Lichter leuchten und wir gehen jetzt nochmal... Ja, wir gehen jetzt mal um die Kürmes hier rum. Sind wir gestärkt, haben was gegessen und jetzt kann es weiter gehen. Der Mensch spielt gerade hier den Greifer. Wir gehen jetzt auf den X-Faktor drauf. Der zieht sich auf seinen Rückphärer an und dann geht's los. Ne? Der Mensch, wieso noch nicht? Der Mensch, wieso noch der weiße Tech? Wieso? 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 Das war's. Wir waren gerade auf diesem X-Faktor drauf und der ist besser gewinnt als in Aachen. Richtig cool wird noch voll die lustigen Leute damit. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Jetzt geht's weiter. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. So, wir gehen jetzt auf dieses Piraten-Ding. Ja, dann gehen wir jetzt drauf. Das geht doch noch ein bisschen mehr mit Traumsparte. Ein S-C-O-H-O-H-O-H-O-H-O-H-O-H-O-H-O-H-O-H. Gucken Sie, gehen Sie weiter. Gehen Sie weiter. Gehen Sie weiter. Ich habe immer ganz viel an. Ich habe ganz viel an. Das ist die beste E.O. Das ist die beste E.O. Ich gehe nicht vor! Nee, ich stehe! Okay, stopp! Ach so, die Tür wird sich selber öffnen! Aber es ging schnell! Wir waren gerade auf diesem Pirate-Adventure. War wirklich cool! Doch, war schön! Mit verschiedenen Effekten und so'n Zeug. Doch, geht mal losig! Auf jeden Fall ist sein Geld auf jeden Fall wert. Und man wird ein bisschen... Naja, was heißt, nass wird man nicht. Auf jeden Fall auch eine voll ströhliche Angelegenheit. Äh, ja. Es trompelt hier unter. Es trompelt hier unter. War auf jeden Fall sehr cool. Wir gehen jetzt auf diesen Brake-Dancer. Du sagst, das ist der beste Brake-Dancer? Ja, also wenn er eine gute Fahrt raushaut, sagt er auch deine gute Fahrt raushaut. Okay. Mit diesem Wort gehen wir jetzt da auf den Brake-Dancer. Warum? T summen es auf den Brake-Dancer. Wie saß das, dass sie es auf den Brake-Dancer verbringst. Was sind auf den Brake-Dancer? Wir sind auf den Brake-Dancer. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss.